Hallo liebe Kollegen, weil sich immer mehr Maler für die Markenpartnerschaft Atmende Wände interessieren, habe ich euch in diesem kurzen Clip grundlegende Informationen als WordRap zusammengestellt. Was ist die Markenpartnerschaft Atmende Wände? Ein internationaler Zusammenschluss von gleichgesinnten Betrieben, um mit einer gemeinsamen Positionierung erfolgreich am Markt aufzutreten. Was sind Atmende Wände? Atmende Wände sind Farb- und Putzbeschichtungen, die von uns definierte und geforderte Eigenschaften aufweisen müssen. Sie müssen unter anderem diffusionsfähig, also atmungsaktiv sein, allergikertauglich und absolut ungiftig sein. Sie müssen natürlichen Schimmelschutz und feuchte Pufferung bieten. Was bewirken Atmende Wände? Atmende Wände müssen einen positiven Beitrag zur Verbesserung des Raumklimas leisten, um so zur Gesundheit unserer Kunden beizutragen. Warum wurde die Markenpartnerschaft Atmende Wände gegründet? Um gleichgesinnten Kollegen den Zugang zu einer erprobten und erfolgreichen Positionierung im Malerhandwerk zu bieten. Welche Vorteile bietet die Markenpartnerschaft den Mitgliedsbetrieben? Die letzten zehn Jahre haben bewiesen, dass in den Köpfen der Kunden atmende Wände positiv besetzt sind und für gesundes Raumklima stehen. Atmende Wände sind bereits in den Köpfen unserer Kunden verankert. Mit unserer europaweit geschützten Positionierung, wir lassen ihre Wände wieder atmen, können die Markenpartner ein Alleinstellungsmerkmal mit Gebietsschutz nutzen. Durch die jahrelange Erfahrung hat sich in unserer Markenpartnerschaft ein riesiger Pool an Wissen angehäuft. Wir sind in ganz Europa ständig auf der Suche nach besonders ökologischen Materialien und innovativen Verarbeitungstechniken. Welche Unterstützungen werden angeboten? Das Angebot an Unterstützung ist enorm. Aber kurz gesagt, Weitergabe und Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen Themen, bei Mitarbeiterführung, bei Marketing und Verkauf, bei Kalkulation und Produktscouting. Das Konzept ist erprobt und wird schneller zum Erfolg führen als übliche Einzelmaßnahmen an mancher Kollegen. Welchen Zweck verfolgt die Markenpartnerschaft? Wir möchten durch die Ausweitung der Markenpartnerschaft für ein Umdenken sorgen. Gesundes Wohnraumklima wird immer wichtiger. Außerdem werden Kunden immer sensibler bei der Auswahl der Handwerker. Da steht Nachhaltigkeit im Fokus. Und Kunden sind oft besser über Wohngesundheit informiert als viele Verarbeiter. Alle Markenpartner sind und bleiben eigenständige Betriebe. Deren Firmenname und Logo bleiben natürlich erhalten. Wie sieht der gemeinsame Auftritt der Markenpartnerbetriebe aus? Es wurde ein komplettes Corporate Design für atmende Wände entwickelt. Es steht den Markenpartnern jedoch frei, dieses zu übernehmen oder nur mit der Positionierung und einem einfachen Zusatzbutton aufzutreten. Was bedeutet Nachhaltigkeit für Markenpartner? Nachhaltigkeit bedeutet für uns, mit einer sinnvollen Tätigkeit Spaß an der Arbeit zu haben und damit auch einen fairen, gerechten Gewinn für Unternehmer und Unternehmer zu erzielen. Zudem bauen wir eine Marke auf, die unsere Unternehmen von den Mitbewerbern unterscheidet und den Wert der Betriebe steigert, damit das Unternehmen auch für Nachfolgegenerationen interessant bleibt. Welche Mindestanforderungen muss ein neuer Markenpartner erbringen? Die Betriebe müssen auf gesunden Beinen stehen, um die gemeinsame Positionierung in den Markt zu tragen. Die Bereitschaft zur Weiterentwicklung, sei es auf qualitativer oder auch personeller Ebene, ist Voraussetzung. Wie kann man in die Markenpartnerschaft einsteigen? Wir bieten jede Menge Informationen und Einblicke, sei es über Zoom-Meetings oder persönliche Besuche bei uns an. Nur wenn das glaubwürdige Bemühen einer gemeinsamen, wertschätzenden Zusammenarbeit vorhanden ist, kann auch eine Markenpartnerschaft eingegangen werden. Für neue Partnerbetriebe veranstalten wir ein zweitägiges Basisseminar bei uns im Leitbetrieb. Danach kann der neue Markenpartner mit der gemeinsamen Positionierung seinen Marktauftritt starten. Wie kann man mehr Informationen zur Markenpartnerschaft atmende Wände erhalten? Schicken Sie uns einfach eine Nachricht auf office-atmende-wände.com und wir senden Ihnen einen YouTube-Link für ein längeres Erklärvideo zur Markenpartnerschaft atmende Wände zu. Dann können Sie in aller Ruhe ausführliche Informationen einholen. Dann können Sie in aller Ruhe ausführliche Informationen zumримeden. Vielen Dank.